Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Trouble in Terrorstown mit der Game or Die Community und ich fang einfach mal ganz oben an mit dabei der Flutterfighter hallo Danoki Senpai hallo Erzi guten Abend Atromix hey Aesthetic hi Atabu Fisi hi Teddygun den kenne ich Sascha der Typ weiß wie man eine Anmoderation machen muss ey Hi und Katsu Mila Heiho und mir den Regi Aka Aksasarak und dann würde ich sagen wenn alle so weit sind gebe ich die Runde frei Ich glaube da ist gerade schon jemand in der Anmoderation gestorben Ne ich hab nur jemanden fallen gehört Ja aber ich bin der Meinung ich hab da auch den Todesschreiber gehört Ich hab die Leiter nicht erwischt und Sascha wurde gerade ausgesprochen Ja meine Güte weil Atta rum quatsch Ja genau Atta Wie heißt die ist das dennig? Flatter Ja ja was ist der Ding? Flatter ist Ascha, Ascha, äh Atta Was? Ascha? Das hat Ascha mit mir zu tun hallo Leidig mich doch nicht so hart Jo Alles klar Atta Du willst wieder Boof, äh Boof genau Beef auf dieser Leute Äh Leute Was ist los? Äh Aufpassen ich bin da gerade lang gelaufen Wow hier geht ein Päuschen hin Wo denn was bekamen sie denn? Ja irgendwas schießt auf mich Und wo denn? Äh sie beginnst du formen? Was ist denn jetzt? Was ist das? Was? Wo kommt Wasser? Ja ich weiß auch nicht was dir abgeht Das ist scheiße laut LOL Die Map flutet Ich will hier hoch Ich will hier hoch Wieso sie sich alle in die Hose machen Ja weißt du dass wir nicht absaufen Was ist das? Falls einer von den Bekannten passiert nichts The Flooding Path has been enabled Ja Das ist der Killerex Killerex? Ich bin ein Queenchenchen Ich würd da jetzt nicht hingehen Ach guck mal da oben steht da Loki Wie auch immer das immer aktivieren tut Äh ich hab Das ist mega geil das hab ich noch nie erlebt mehr Äh die Map hat sau viele Geheimnisse Ja ey ist einer von den Bekannten hier Tracer Ja gut da rollt einfach mal ein Fass auf mich zu Was zur Löffelende Halloa Tanoki Atta Atta ist bei mir hier schießt irgendwer Atta warum schießt du auf das Wasser Nice Habe ich gar nicht Das ist eine blanke Lüge Hast du wohl du hast das arme Wasser erschossen Nein ich hab auf die Kiste geschossen Ja die arme Kiste die kann ja auch nichts dafür Die Kiste 1 zu viel Alter die stimmen viel zu viele Fässer Wer ist da denn Wasser drin? Boah Alter So ihr werdet hier bitte ne Irgendwie hingeschmissen Unüberhaupt Könnt ihr mal kurz ruhig sein? Deiner darf Flatter schieß nicht auf mich Ne ich wollte dieses Diese Bombe hier mit der Uhr dann Grappling Hook Grappling Hook Ach das ist ein D da aber ne Das bin ich alter Oh boah Es hätte die weg 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 Wenn ich tot bin Es hätte die weg Jetzt wäre ich fast die runter gefallen Latterfighter ist bei mir Ne ich hab nur ne Sniper damit treffig Also wenn ich sterbe dann ist er es ne Was ich bin doch gar nicht bei dir Ach bin ich los Nein Nein Wer hat da gespielt Wer hat da gespielt Ich bin aber noch im Leben So ok Ich bin dann umgespielt am Altrata Tester hier Warum sehe ich so wenig verleuchtet tatsächlich Das ist echt nonsern Nein Ach komm Der Kramatis macht hier äh nichts Hast du geschossen? Hast du gerade geschossen? Was ist denn jetzt los hier? Dann ist cool Guck mal das Wasser brennen Durch das Wasser? Nein Du kannst doch um eine schwimmen gehen Ich hab doch um eine schwimmen gehen Wenn du nicht schwimmen kannst dann verreckst du Das sollst du natürlich tun Irgendwie hab ich das Gefühl flatter ist Weil der läuft mir so Hier strebe ich hinterher ne Ja Der zieht Was neigt einer Oi Und bei dir so? Musst du mein Fenster kaputt machen? Ja Das war mein Fenster Das war mein Fenster Das war mein Fenster Ich möchte euch was zeigen Möchte jemand mit Das geht nicht mehr von der Zeit Herr Scheiße Ich wollte euch was zeigen Aber es geht nicht mehr Lata Was geht nicht mehr Ist der noch mal abgebrochen oder warum? Möchte jemand als Traitor äußern Und einen Knopf drücken Der hier noch einen Schieneffekt macht? Geil Danuki Ich denk die ganze Zeit schießt nach AP Nee der scheiß Traitor Wer schießt denn hier? Nein Hier schießt einer Hier schießt einer Wer Traitor ist Hier gibt's noch nen Knopf Ich hab' einen Traitor gemacht Okay Okay Warum ist Setti bad wie wounded? Ich bin im Häuschen drin Da wo er pool ist Sascha ist durch mich explodiert Also an die Toten Die können ja bei mir poolen Die sehen ja jetzt was kommt So, okay hier Echt zu dir Berzi was sagst du? Hast du irgendwas gesehen? Ich hab nichts hier gesehen Hast du nichts mit? Hallo Warte kurz Ich seh die ganze Zeit noch Flutterfighter umherlaufen von Adam Nee Da hinten ist dann Noki Und dann ist halt Tod Dann Noki und Ardwood Die beide auch safe sind eigentlich ne? Ja Ja Ich kann mir leider kaufen Und viel mehr gibt's denn Das muss ich wegpacken Kannst du auch nehmen? Und Nick Teddygun 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 Schmeiß die kurz einmal weg Dann kannst du's kaufen Mit ner Schrotflinte natürlich Nein Ihr wisst ja nicht wo ich bin Ihr wisst ja nicht wie er hier hinkommt Tut mir leid ich hab keine Füße mehr Aber ich kann da nicht Ich kann da nicht Ich kann da nicht Ich kann da nicht Ich komm mal raus Wär ein bisschen gemein Bist du im Aufzug? Der täglich ist wieder am Berg Mann, Mann, Mann Fahr doch mal runter mit dem Aufzug Sascha noch Sascha Ich bin schon auf dem Aufzug Ja Das ist tot Okay Da macht man einen Traitor Was macht er? Los, los, los Ich weiß nicht, ob du das schuldigst Auf Stipps gleich noch Wenn du hier so oft runter springst Ja, nee, ich hab's nicht getroffen Ich weiß nicht warum, aber ich hab Küche getötet Er hat auf mich geschossen und wollte auf mich schieben Ich glaube, er lebt noch Hatta, lebst du doch? Asthetic, ich könnte dich jetzt so leicht machen von hinten Alter Werd abgeschossen Asthetic, krieg ich mal um Asthetic Yes Ja, war doch safe LOL Ja dann, okay, vielen Dank für den Random Kill Ja dann, okay, vielen Dank für den Random Kill Zwei Sessions TTT, zweimal vom DT random mit dem PHD-Flopper gekillt worden Was aber echt nice Ja, endlich ist der Charakter mal sauber Boah Du kannst noch dieses Gebäude mit dem P-Flopper Platz Das kannst du komplett einreißen lassen Deswegen wurde dir eigentlich ein K-Flopper gefolgt Das hatten wir ja schon mal, glaube ich Heute sind wir alle meine Schleifte Erzie, ich garantier dir, du wärst gestorben Also wir würden euch jetzt noch was anderes zeigen wollen Wenn wir mal wirklich alle, ne, nicht In den Aufzug Nö Es gibt dann einen Aufzug Es gibt noch einen anderen Aufzug Und dann kommt man in ein Spezialhaus Manche haben es ja vielleicht gesehen Wo aktiviert man da rein? Ups Du musst alle diese roten Räder da oben haben Lass mich runter, Kasu Nee, ich möchte gerne runter Oh Oder nur einmal hoch lassen Dann hätte ich mir das Dann hätte ich mir das zeigen Na komm Oh Alter Alter Was machst du da? Alter Was machst du da? Alter Was machst du da? Hey Hier wird rumgeschossen beim Heliport Gut Ist der dritte auch aktiviert? Was? Alle drei aktiviert Oh, ich hab keine... Weiß ich nicht, mach das was immer an Nein Ich hab Krischi getötet Aua Und der war T Hey Flatter Ja, also der und der kleine sind aktiviert Einer fehlt noch Wo ist denn der dritte? Kasu, warum bist du fast tot? Kasu, warum bist du fast tot? An diesem einen Grauener Bei der Baustelle ist noch einer Ist der hier schon aktiviert? Ja, der ist aktiviert Also am Wasserzug ist aktiviert Das kann ich schon mal sagen Erzieher bei dir wieder Hey, ich will hier rüber Tally, beim Heliport liegen drei Leichen Da kannst du vielleicht noch Punkte abstauben Lebt Tally noch? Ja, okay Hier ist ein T Ich dachte eigentlich Wir hätten das nicht mal hingekriegt Kasu, ist Wasser Ja, das Wasser das dauert Ja, hört ihr nicht zu? Ihr braucht ein paar Leute dafür Bäh Ist das die Hände schon aktiviert? Iwi, ich könnte ja nicht hier hinkommen Warum nicht? Nee, der Hände schon war noch nicht Ja, ich hier bin Okay, sind alle aktiviert Habt ihr das Wasser? Oh, der Handskinner Ja Jetzt Ja, jetzt Wer ist das? Hallo Sascha Bist du jetzt gestorben? Nein, ich konnte mich gut retten Oh Gott sei Dank Ich konnte mich gut aktiviert das Wasser Ich bin ja nicht mehr Danke Was? Schönen Grunde Und dann bitte alle die Nichts Alle die leben Und egal was sind Mitkommen Bitte Einmal zum Heliplatz bitte Einmal zum Heliplatz bitte Ich kann euch nicht töten Ich bin Deteman Äh, hier sind schon zwei tot Tja Wo bist du denn? Beim Heliplatz Ich meine hier der Deta Hier Platter Ich stehe hier in einem Haus Ich warte, dass es Wasserquill wird Sonst komm ich nicht raus heile Bitte Ich spring da bestimmt nicht rüber Warten Warten noch einen bitte Ich bin ein bisschen an Windows XP Aber nicht Warten 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 Was ist das Wasser an? Was jetzt? Naja, jetzt kommt das Wasser. Ja, sehr schön. Ich gewollte. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Er kriegst dich. Nö, das ist ja nur was. Ja, wenn er... Das ist schon... Ja. Man kann knapp auf den... Er zieht, ich wurde nicht... LOL, er zieht, ich wurde weggesnipert und ich wurde angeschossen und ich weiß nicht von wo. Oh mein Gott, warte. Weg hier! Oh! Das war so ganz leicht knapp. Mama! Dass ich dich getroffen hab. Katsumina war Twitter, ich hab's getötet. Ich hab's gesehen. Alles okay. Ja, und sie hat keinen getötet, weil wir euch was zeigen wollten. Aber ihr kapiert das ja nicht, ne? Ich hab ihr den Hook eingesammelt. Hatte Kasu gesnipert? Ja, ja, hat sie. Okay, dann hat sie auf mich geschossen gehabt. Nee, nee. Sie hat Erzie erledigt und auf mich geschossen noch mit. Hier, Erzie ist tot durch einen Headshot mit der... Ja, ich würd eh gleich sterben. Aber das bringt ja nichts. Ich will ja eh keiner mitkommen. Nicht wirklich. Nicht halt wie alleine rein. Aua, ich werd nochmal angeschossen. Von wo schießt ihr denn auf mich? Und sonst so bei euch? Ja, bin ich fast tot. Ist nicht ganz so geil. Dann bist du grad von mir weggefahren. Ja, das tut mir der Fakt. Wie seht ihr noch denn? Oh, ist Sonntag, ne? Morgen wieder arbeiten. Kein Bock. Wo ist er halt im Leben? Durchaus. Aua, was soll das? Ich hab da schon wieder Schlüsse bei mir ein. Könnt ihr jetzt mal aufhören. Gut, aber ich leid für dich. Jo, Teddy ist toxic. Läuft bei dir. Hey, da oben ist jemand. Wer ist denn das? Nee, das ist ein Blutfleck, glaube ich. Verdammt. Ne, ich kann schon mal was es ist, aber das ist kein Mensch. Hier wird schon wieder geschossen, Mensch. Hier ist ein Aufzug? Lass mich mal drinnen im Aufzug. Das gefällt mir nicht. Wer ist denn im Aufzug? Wow, Platter. Alter, hinter. Ich hab gehört, ich bin direkt hinter dir. Warum redet hier keiner, der mir jetzt sagt, wer im Aufzug ist? Platter war im Aufzug. Der ist zu mir gekommen. Oh. Dass du den Hund einfach holst, ne? Was ist hier jetzt besonderes? Ach, nichts. Vergaß mal schön. Äh, alter. Dein Ernst? Autsch. Dein Ernst? Ich bin Indo. Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht wirklich. Wer hätte mich töten können. Ja, ich hätte dich ja getötet. Ich hab extra meine Waffel weggelegt. Ja, sieh. Ja, sieh. Dann bist du noch Traitor. Könnte jetzt mal der Detail nicht nur rumfliegen, sondern was tun? Soll ich nicht tun? Aber ich mal. Alter. Ich kriege trotzdem Schaden, obwohl ich mit dem Aufzug nach unten fahre. Ja. Die Runde ist richtig spannend. Kann man irgendwer jetzt irgendwas machen? Das würde ich sehr befürworten. Und wenn ich getötet werde? Ja. Katsu? Ist doch schon nix tot, oder nicht? Äh, Katsu ist tot. Teddy, lebst du noch? Ja. Warum redet dann hier niemand? Mensch, abgesehen von Flutter. Hier snipert immer noch irgendwer. Ja, ich wüsste gerne von wo? Fizzy snipert. Von dem Doppel- Hochhaus. Ach da, ja. Wo? Yo, klar, wie konnte... Das war ein ordentlicher Headshot, ey. Alter, Sascha, was war das denn? Alter, ich hab mit Nacht und Nacht alle abzuschmeißen, ne? So, wer auch immer mit dem Viscos zur Ruhe gespielt hat, am Anfang gespielt hat. Alter. Ich hab nur die erste geworfen. Oh! Oh. Das war ich, glaub ich. Das war ich, glaub ich. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass die Disco so weit fliegt. Ich warte ganz oben im Turm und wirf die einfach so random... Ey, Fizzy, ich stand... Äh, Quatsch, Fizzy. Äh, Quatsch, Fizzy, ich stand zwei Minuten direkt hinter deinem Rücken, ey. Ich hab dich die ganze Zeit echt so halbredig geholt. Entschuldigung. Letzte Runde. Da hasse ich dich. Danke. Und das ist der Besager, ne? Ja. Ja. Ich leere, Stevie. Oh Gott, ich hab noch nicht einmal Trash. Äh. Ja, ich auch nicht. Vorsicht. Aber bei drei Runden Spielzeit ist das kein Wunder. Hey, komm schon, das ZT. Oh, das kommt schon? Hä, was ist los, Stevie? Was? Was ist los? Das ist, äh, ich will noch nach unten. Oh. Treasure. Ja, wo? Ah, da! Äh, benutzt er, seht ihr den, äh, Grapplinghook? Hallo. Ja, benutzt er. Der Terrorist hier ist im Turum. Nein, im großen Sniper-Turm. Der Traitor meinst du? Mein ich doch. Hier, schieß mal da rein oder schieß auf mich. Ja, Fizzy ist ja. Warum soll ich auf dich schießen? Schon wieder Fizzy? Meine Fresse. Warum bist du endlich schon wieder Badly? Ich hingedrum. Ja. Oh, sag was. Du bist ja dabei, oder? Ja. Bist du... Ja, ich bin ja noch tot. Ja, weil ich hab doch gerade angesniperd. Vorsicht. Hier ist ein Grappling. Ja, ist der Dete. Ja, ist der Dete. Du hast gesehen, was ich gerade für Header mit Teagle gedrückt hab. Leg die neben mir an. Hier ist irgendwo ein Geschütz. Das würde ich trotzdem verschleien. Was ist das? In dem Turum ist ein Geschütz. Er wird geschossen. Ja, dann ist die Dete. Aua, ich werd von hinten angeschossen. Bin fast tot. 22 HP noch. Für sie. Just, ich hab ein Problem. Just, bist du tot? Ja, sie ist tot. Sehr gut. Vorsicht. Ich steh hier bei dir, RC. Kannst du mal aufpassen, wo du mit dem Ding hinschießt? Jetzt bin ich auch mal aufpassen hier. Hallo. Ja, irgendjemand Snipert hier hin, RC. Wer zielt da? Wer ist das da? Wer ist das da ganz oben auf den Tower? Kazoo? Das bin ich. Ich hab aber gesehen, dass sie sie haben. Sie hat mich ja angeschossen. Da hinten ist Stevie auf dem Heliport. Warum schießt du auf uns? Danuki, warum schießt du auf uns? Das war die Karte schon immer so groß. Ne, das ist die 2016er Version. Die ist ein bisschen größer. Das ist irgendwie auf alle. Schieß doch mal zurück. Ich hab keine Waffe dafür. Lebt der Dete noch? Ich hab Danuki gerade umgebracht, weil er auf uns geschossen hat. Was ist besser? Eine Winchester oder eine Shotgun? Eine Shotgun. Finde ich persönlich. Warum schießt der denn auf uns? Hab ich auch nicht verstanden. Vom Schaden? Oder? Vom Schaden her vermutlich die Winchester. Aber mit der Winchester musst du ziemlich genau zielen. Wer steht da oben drauf? Wer steht da oben drauf? Wer steht da oben drauf? Ich immer noch. Kasumir, okay. Ich bekomme nur die Hälfte, damit ich bin da zu sehr am gucken, dass ich nicht überall runterfalle und so. Dass ich den Cheek finde. Er ist gerade runtergefallen. Hat sich noch für sie angehört. So wie sie... Hi. Magst du mich heilen? Ja, hab ich jetzt auch. Ich hab dir doch schon gesagt, dass nichts aufhören ist. Komm mit. Okay. Ne, ich hab keinen König. Verdammt. Schade. Ja, das ist cool. Passiert. Ich muss erst einen töten. Oh. Oder du holst dir die Credits hier oben noch sind. Hallo. In Physichs leichter müssen noch welche sein. Warte, Physichs. Vielleicht. Okay, ich muss unten rum. Wo seid ihr denn alle? Hallo. Krischi, lebst du noch? Ja. Gott, dann... Warte. Nee, hab ich's nicht. Nicht zu sterben. Danoki wurde wiederbelebt, richtig? Hallo? Danoki? Wiederbelebt? Ja, ja, ja. Alles gut. Cool. Macht ihr die Fässer kaputt, oder? Machen einige, ja. Ich bin der Einzige, der das macht und der das vorher ansagt. Ich hab'n Body hier gefunden. Ja, aber... Ich hab'n Body hier gefunden. Ja, aber... Ja, aber... Ich hab'n E-Centary. Schmeiß' jetzt auf'n Boden. Ich hab'n E-Centary. Ich hab'n E-Centary. Irgendwer ist bei dir unten, Erzi? Unter dir? Äh... Ist das am Haus, oder? Ich glaub' ich werd' verschossen. Und... Alter, du bist D. Okay, ne, dann ist alles gut. Mh... Was ist dir das Crash-Eis? Nein! Geh weg! Du musst ja nicht weg. Du musst ja nicht weg. Du musst doch nicht weg. Äh... Ja... Wer gibt's denn dann eigentlich noch? Was ist hier mit Atta? Atta über Erinnerung? Das ist okay. Ja, der war oben und raus. Hallo! Äh... Ich bin hier unten, dann kommt niemand mehr weg. Wieso? Kannst du mich machen? Dann kriegst du den Rappling hoch. Ja, ich bin aber... Inno, das würde mir Karma ziehen. Also wenn ich jetzt... Wenn ich... Trader gewesen wäre, hätt' ich das gemacht, ja. Hm, okay. Dann hast' ja Glück, dann findet der Trader dich vielleicht nicht. Ja, schlau ist er dann aber da. Und dann weiß er, wo ich will. Ich fall' hier nicht! Hä? Aber ich bin schon seit Anfang der Runde hier. Ja, warte. X... Eeeeeezer... Eine Dächse. Von mir right! Ja, warte, ein anderes! Damit schlau' ich auf mich? Ja... Da characteristic ist er. Jetzt spielen wir uns mal da... Jetzt müssen wir ihn von ihm geรt bekommen. Jetzt sag ich eineупflüte genau. Ich will ihn ja vom présente ich auf keinen Platz! Dann haben wir ihn gemacht, er solltest du ihn nie verbinden. die runde war nicht schlecht ich hasse leitern die meisten punkte ich einfach weniger man sieht die einzigen mit und wir sind zwölf und nicht elf